Sie sind hier, 25. Oktober 2018, 14.18 Uhr, von Sport1, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern beim Europa-League-Duell zwischen RB Leipzig und Celtic-Glesko treffen zwei Fußballwelten aufeinander. Auseinander Urheberrecht, Sport1-Grafik, Mark Thirl, Getty Images München, mit RB Leipzig und Celtic-Glesko treffen in der Europa-League zwei Clubs aufeinander, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Sport1 macht den Faktenvergleich. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-DK und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Untertitelung des ZDF, 2020